Von Vergeltung beseelt leistete er den Schwur der Rache, um Mord zu sühnen, die Zerstörung des Glücks in ferner Vorwelt und die Vernichtung der Zukunft zu bestrafen. Als Feind der Finsternis durchstreift er den Raum im unaufhörlichen, unerbittlichen Kampf. Seine Mission, die Boten des Bösen zu jagen und sie zurück in die Verdammnis zu schicken. Das Heil unserer Welt liegt in der Hand des Unsterblichen.